Vertrag verlängert Borussia Dortmund hat den nächsten Leistungsträgern nach Marco Reus gehalten. Lukas Spitzkzeck hat seinen Vertrag verlängert und will seine Karriere beim BVB beenden. Lukas Spitzkzeck hat sich entschieden und will seine Laufbahn als Fußballprofi bei Borussia Dortmund ausklingen lassen. Ich möchte meine Karriere in Dortmund beenden und freue mich auf ganz, ganz viele weitere emotionale Momente in schwarz-gelb, sagte der 32 Jahre alte Pole anlässlich seiner Vertragsverlängerung mit dem achtmaligen deutschen Meister bis zum 30. Juni 2020. Anzeige, jetzt anmelden, 100 Prämie sichern und die Bundesliga tippen. Wir sind froh, nach Marco Reus in Lukas Spitzkzeck einen weiteren Spieler langfristig an uns gebunden zu haben, der ein Höchstmaß an Identifikation mit Borussia Dortmund aufweist, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Die Vereinbarung mit Nationalspieler Reus gilt seit Vorgangen im Freitag sogar bis 2023. Torjubel bei Lukas Spitzkzeck, der Verteidiger bleibt dem BVB treu. Quelle, der vor die Schrägstrich im Mago. Spitzkzeck, für Polen emeritiert Teilnehmer 2016, ist mit 32 Jahren der älteste Feldspieler im Kade von Trainer Peter Stöger. Er kam im Sommer 2010 von Hertha BSC zum BVB, wurde mit der Borussia zweimal deutscher Meister und Pokalsieger und stand mit dem Team 2013 im verlorenen Champions-League-Finale gegen Bayern München. Ich bin zwar kein gebürtiger Dortmunder, doch dieser Verein und diese Fans sind mir über die Jahre so sehr ans Herz gewachsen, dass ich mich seit Jahren als echter Borusser fühle und nie im Ansatz den Wunsch verspürt habe, den BVB verlassen zu wollen, sagte Pitzkzeck. Seit 16 Monaten hat Borussia Dortmund kein Bundesligaspiel verloren, in dem Pitzkzeck mitwirkte. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.